Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Data Love, Data Life. Das Debütalbum Goat erschien im Oktober 2019. Nach neun Monaten folgt nun das zweite Album des gerade einmal 16-jährigen Berliners. Data Life beinhaltet 14 Tracks, Features kommen von Labelchef Ufo361. Das Album kommt über Stay High und erscheint als Box. Fabson ist ein aufstrebender Rapper aus Düsseldorf, der bei Orgis Label I Love Money Records unter Vertrag steht. Das letzte Album Resolution kam im Oktober 2017. Jetzt steht mit Long V das vierte Album des Düsseldorfers an. Der Albumtitel kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie langes Leben. Long V kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Orgi und Silla. Das Release kommt über I Love Money Records und erscheint als CD. Jakuza, Luna. Es ist gerade einmal etwas mehr als drei Monate her, da erschien mit Heavy Rain das letzte Album von Jakuza. Nun folgt mit Luna bereits das nächste Release des Österreichers. Luna kommt mit 14 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Max Lowen und Sascha. Das Release kommt über mehr als Musik und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Larkmann und Rook Reasonable Kraut Das letzte Album von Larkmann, Fear of a Wake Planet, erschien im Oktober 2017. Dazwischen erschien dann im Mai 2019 als Teil von Wittner Untouchable noch das Album Trinity. Für sein neuestes Album hat sich der Wittner einmal mehr mit Stammproduzent Rook zusammengetan. Der Albumtitel ist angelehnt an Reasonable Doubt, wozu es einen Film, also ein Album von Jay-Z gibt. Reasonable Kraut kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von BOZ, Cool Savage und Sido. Das Release kommt über Eartouch Entertainment und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Apache 207 Treppenhaus Spätestens seit seinem Überhit Roller ist Apache so gut wie jedem ein Begriff. Als der Hype dann immer größer wurde und man gespannt auf ein Album wartete, wurde bekannt, dass es vorab bei einer EP bleiben würde. Die EP-Platte erschien im Oktober 2019. Neun Monate später kommt nun mit Treppenhaus das lange wartete Debütalbum des Ludwigshaveners. Treppenhaus beinhaltet 12 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über Two Sites und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.